Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. In diesem Video werde ich Ihnen vorstellen, wie ich bei der Modellation eine Aufbiss schiebe. Das heißt, es findet eine Glättung statt und ein gleichzeitiges Ausblocken der Unterschnitte, sodass nur noch 0,1 mm an Unterschnittstiefe übrig bleiben. Das Ergebnis dieser Berechnungen sehen wir jetzt hier. Wir sehen also, die Zahnzwischenräume sind leicht ausgeblockt. Jetzt einen kurzen Cut machen und hier mit dem nächsten Video starten, um Ihnen zu zeigen, welche Einstellungen jetzt hier weiter vorgenommen werden. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video wieder. Ihr Michael Anger. Weiter geht's. Wir sehen uns jetzt. Dann wieder, bis jetzt einen Moment. Wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.